Oh Mann, wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin hier in der Fitnessstudio, ich soll Sport machen, aber ich will auch Roblox spielen. Let's go, wir hauen ab. Erstmal hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir sind hier irgendwie viel in ein Fitnessstudio gelandet, deswegen müssen wir hier ganz schnell abhauen. Äh, guck mal, die schwitzen schon so sehr, dass wir schon richtige, oh nein, dass wir schon richtige Schweißdecken am Boden sind. Und wir fallen einfach um vor Ekel, weil das so viel Schweiß ist, oh Mann. Die waren auch bestimmt schon länger, nicht mehr duschen. So, let's go, wir hauen hier einfach ab. So, uh, Schokolade, ich glaube, hier bleiben wir einfach, Schokolade und ein Fernseher. Ich glaube, wir wollen gar nicht mehr abhauen. Oh yeah, so, let's go, wir laufen einfach mal direkt weiter. Ich würde dann auch sagen, wir kommen einfach mal direkt zum Kommentar. Oh, hier sieht es genau so aus wie bei mir im Sportunterricht, oh Mann. Ich würde auch sagen, wir kommen direkt mal zum Kommentar des Tages von Unicorn Game. Ja, schau alle deine Videos, meine T-Shirts sind mega cool und deine Videos auch. Vielen, 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 vielen lieben Dank, falls sich manche Leute fragen, was für T-Shirts, die aus meiner Gruppe, meiner Roblox Gruppe. Da habe ich ein paar T-Shirts gemacht und vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass dir meine T-Shirts gefallen. Ich habe auch gesehen, du hast dir eins geholt. Vielen, 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 vielen lieben Dank und liebe Grüße an dich. Tausend Dank, dass du eins geholt hattest und falls ihr auch mal einen Kommentar des Tages wählen wollt, lasst einfach liebes Kommentar und mit ein wenig Glück wählt ihr Kommentar des Tages. Okay, denkt ihr, wir schaffen es gleich von hier oben? Guck mal, wie gut ich bin. Oh Mann, Obi-Meister. So, let's go. Oh, dieses war nicht. Okay, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt springen wir mal direkt hier drauf. Zack, boom, bam. Sieht genau aus wie bei mir im Sportunterricht. Deswegen, ich will die Apolle, obwohl ich Sportunterricht eigentlich immer schön wäre, auf jeden Fall besser als Mathe oder wie Deutsch oder Englisch. Oh Mann, was ist denn euer Hassfach? Was macht ihr am wenigsten gerne? Und was ist euer Lieblingsfach? So, schreibt es mal super, super gerne in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren, was ihr am meisten mögt. So, let's go. Die sollten wir lieber nicht berühren, die Boxsäcke. Ähm, ich möchte hier auch keinen Kampf haben. Äh, lasst mich einfach weg. Tschüss. Bis dann. Oh Mann, er möchte echt ein bisschen viel von uns. Wer ist er denn? Ich glaube, er ist ein Fitnessfreak. Er hat uns gegessen. Oh Mann, was war das? Wir sind in ihm. Wir sind in seinem Mund. Wir müssen hier raus. Ich will nicht gegessen werden. Oder durch seinen Popo wieder rauskommen. Oh Mann, nein, nein. Das will ich nicht. So. Uh, hier sind aber leckere Burger. Ein Burger für mich. Und ein Burger für dich. Nein. Oh Mann. Okay. Da müssen wir aufpassen. Ich will halt runter und hoch. Das vielleicht schaffen wir es ja so richtig, richtig gut und schnell. Nein. Oh. Wir schaffen es doch nicht. So. Nein. Oh Mann. Okay, guck mal. Hier ist sogar schon jemand auf Stufe 20. Sehr gut. Das heißt, es ist gar nicht mal so ein kleiner Abi. So. Wir müssen halt richtig vorsichtig sein. Okay. Easy peasy. Let's go. Wir gehen hier hoch. Was haltet ihr übrigens auch von? Easy peasy Shirts. Das ist doch. Ist doch eine super Idee. Und dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr kein Easy peasy Shirts haben möchtet. Nein. Da war ein A-Haufen. Geben wir jetzt etwa wieder. Äh. Nein. Oh Mann. Da müssen wir rüber springen. Okay. 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 Ich habe es verstanden. Nein. Oh Mann. Das war so knapp. Hä? Oh, ich dachte gerade schon. Nein. Oh Mann. Und schon wieder. Vielleicht sollten wir gar nichts berühren. Dass wir uns einfach nur draufstellen. So. Nein. Nein. Ich habe nämlich gerade eh die ganze Zeit nach vorne laufen gerückt. Und ich glaube, wenn ich das nicht mache, dann muss ich nur springen. Okay. Das dürfte eigentlich gar nicht mal so schwer sein. Nein. Oh doch. Ist es doch schwerer als gedacht. Wir müssen anscheinend auch nach vorne drücken. Dass wir auch immer nach hinten fahren. Nein. Oh yeah. Oh yeah. Ich habe jetzt durch sein Popo wieder raus. In der Tun... Es tut mir leid. Ich muss duschen. Hätte ich mal doch lieber den Sport hier gemacht. Ja. Iiii. Okay. Wir stellen uns kurz hier hin. Ich muss duschen. Ich weiß. Das hat uns umgebraten. Aber ich muss mich sauber waschen. Ich würde sagen, einmal gehen wir noch duschen. Und dann gehen wir weiter. So. Ich glaube, das reizt sogar schon. Ich glaube, wenn wir hier so seiten... Guck mal, hier können wir uns hinstellen. Oh, das tat gut. Das tat gut. Ich würde sagen, geht es nicht wieder sauber. Und wir gehen ab. Weiter. So. Let's go. So. Dann... Da geht es nicht lang. Hier lang. Und hier ist eine kleine Poolparty. So. Hier rüber und hier rüber. Sehr schön. Und hier ist noch eine kleine Checkpoint. So. Ab hoch. Obwohl hier... Mit der Rutsche? Da will ich gar nicht abhauen. Okay. Was machst du da? Das ist aber eine doofe Rutsche. Hm. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Oder ist das schon der Ausgang? Ah, hier nicht lang. Oh Mann, ich bin manchmal so dünne. Ich habe es noch einmal nicht gesehen. Oh Mann. So. Hier, das können wir noch. Oder auch nicht. Müssten wir uns immer von einem von den drei Wegen entscheiden. Okay. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, wir hätten überall rüber springen können. Ich glaube, wir haben es einfach nur gerade zu tief gewesen. Okay. Letzte Staffel. Lauf. Wir rennen hier schnell durch. So. Und Start. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt hier nochmal hochklettert. Obwohl wir gar keinen Sport machen wollten. Machen wir gar nicht so viel Sport. Oder? Ich will auch nur Warblock spielen. Ich will nach Hause Warblock spielen. So. So. Let's go hoch. Hier ist schon mal der Heli. Dann gehen wir ab in den Himmel. Uh. Hier ist ein Fallschirm. Wie cool ist das denn? Oh yeah. Und hier ist schon das Ende. Wie cool ist das denn? Mega cool. Mega cool. Mega cool. So. Dann fliegen wir mal direkt hier so hin. You win. Okay. A-Zeit haben wir uns geholt. 100 Walkspeed. Und super springen. Das liebe ich ja am meisten an den Obbys. So. Oh man. Das ist so cool. Immer dieses Hoch- und Runterlaufen. Jetzt können wir nämlich bis nach der ganz oben Rennen. bis zu dem Flugzeug. Das machen wir jetzt mal. Und. Dann können wir einfach nochmal springen. Und das sogar ohne. Ah. Ohne den ganzen fiesen Sport. Okay. Anscheinend gehen die Gänge halt mal weg. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Machen wir sehr riskant. Was passiert, wenn wir zu schnell fallen? Es passiert gar nichts. Hallo. Guten Tag. Du bist so langsam. Guck mal wie schnell ich bin. Ach stimmt. Ich hab den Checkpoint noch reinkohlen. LG Bad. Guck mal wie schnell ich bin. Juhu. Bist du auch so schnell jetzt? Okay. Ich würde sagen, wir beenden dann die Folge. Vielleicht machen wir eine von den nächsten. Oh. Die hier haben wir auch schon mal gemacht. Äh. Alle, die sie nicht kennen. Das ist einer meiner ersten Videos gewesen. Äh. Checkt das mal gerne aus. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.